Alleine auf Twitter wurde es bereits über 100 Millionen Mal innerhalb der ersten 13 Stunden angesehen. 100 Millionen Mal innerhalb der ersten 13 Stunden. Who blew up Nord Stream? Why wouldn't the Germans say something about it? Why? Why wouldn't the Germans say something about it, bro? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leran Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein. Ich habe das ja in einem der letzten Videos schon gesagt, dass der Tucker Carlson vorhat, ein Interview mit Putin zu machen. Das Interview ist jetzt rausgekommen. Ich habe mir das auch komplett reingezogen und ich fand es sehr, 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 sehr interessant. Und jetzt habe ich mir gedacht, ziehen wir uns mal ein Video rein von einem deutschen YouTuber, der so ein bisschen die Dinge übersetzt hat und die wichtigsten Themen aufgegriffen hat. Lion Media. Schaut uns gehen raus an der Stelle. Wir haben uns schon ein, zwei Videos von dem Bruder reingezogen. Und das ziehen wir uns jetzt rein. Na, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentarchen, abonniert den Kanal. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ab geht der Peter. Let's go. Don't ever play yourself. So. Ja, jetzt willkommen zum Lion Media Update für Freitag, den 9. Februar 2024. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat der konservative US-Journalist Tucker Carlson gestern sein weltweit mit Spannung erwartetes Interview mit dem russischen Präsidenten Putin veröffentlicht. Heftiger Move. Ich schwörs dir. Heftiger Move. Alleine auf Twitter wurde es bereits über 100 Millionen Mal innerhalb der ersten 13 Stunden angesehen. 100 Millionen Mal innerhalb der ersten 13 Stunden. Was? Und könnte sich zum meistgeklickten Interview aller Zeiten entwickeln. Da geh ich von aus. Das ist so krass, ne? Dass es so heftig ist quasi, dass einer aus der westlichen Welt den Putin interviewt, dass es so krass geklickt wird. Das sollte eigentlich normal sein. Das sollte eigentlich gar nicht so ein Spektakel sein, meiner Meinung nach so. Eigentlich sollte das normal sein, weißt du? Dass man sich alle Seiten anhört, dass man redet, dass jeder Plattform bekommt, sodass sich der Normalbürger eine Meinung bilden kann. Das sollte eigentlich normal sein. Dass das Potenzial besitzt, eine Brücke über einen immer weiter aufklaffenden Abgrund zwischen den Weltmächten zu bauen und so einen erneuten Kalten Krieg, wie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zu verhindern. Doch dafür müssen die Regierungen und Bevölkerung im Westen über ihren Schatten springen und jenem Mann zuhören, der jahrelang von der Presse als Teufel höchstpersönlich porträtiert wurde. Die Madag sagt gerade 100 Millionen mal innerhalb der ersten 13 Stunden dann einfach GTA-Trailer getoppt. Das wäre auch traurig, wenn der GTA-Trailer mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte, sage ich dir ehrlich. Das hat der russische... Unterhaltung. Das ist nämlich genau das, was genutzt wird, damit wir uns nicht für die Wahrheit interessieren. GTA-Digi, Brot und Spiele. ...Präsident, zu diesem Konflikt zu sagen, was sind seine Beweggründe und seine Sichtweise? Ist es wirklich so einfach, als dass... Wolfkind sagt, trotzdem vertraue ich nicht mal einem Mann wie Putin, der scheinbar ein Ehrenmann ist. Die Zukunft wird zeigen, ob er ein Spieler ist oder wirklich ein Ehrenmann. Bro, ich sage generell auf der ganzen Welt, komplett, Politikern, das ist eine schwierige Geschichte, ob man denen vertrauen kann oder nicht. Ich habe mir das auch im Gespräch gedacht, wo die einige Themen angesprochen haben. Der Putin hat einige Sachen gesagt, wo ich mir dachte, krass, Alter. Der sagt es einfach so, wie wir das auch hier im Love-Stream teilweise schwurbeln. Weißt du, wie ich meine? Und dann denkst du dir auch so, heftig, heftiger Typ. Aber das macht ja der Donald Trump auch. Aber das ist halt auch teilweise bewusst so gemacht. Das darf man nicht vergessen. Weißt du? Putin war Young Global Leader beim WEF. Putin war Best Buddies oder war gut befreundet mit George Bush und so. Das ist alles sehr eng. Die sind alle sehr eng verbandelt eigentlich. Weißt du, die Sachen, die in der Öffentlichkeit abgehen, dass die mit dem Streit haben und bla bla bla. Das sind Sachen, die auch teilweise einfach nur so uns gezeigt werden, damit wir denken, dass es so ist, wie die das uns präsentieren. Denn es ist schwierig, da hinter den Vorhang zu gucken, sage ich euch ehrlich. Aber ich bin so misstrauisch mittlerweile, dass ich solchen mächtigen Menschen, die ein ganzes Land regieren und die so viel Macht und Einfluss und Geld haben, nicht mehr richtig vertrauen kann. Leider. Weißt du? Ich glaube aber trotzdem, dass es vielleicht den einen oder anderen Kandidaten gibt, der noch mehr menschlich ist und noch mehr normal ist, so wie wir, als der ein oder andere andere Kandidat. Weißt du, das merkst du ja auch. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere Kandidat auch ein bisschen unabhängiger eventuell sein kann, als der ein oder andere Kandidat. Weißt du, wie ich meine? Das glaube ich auch, zum Beispiel. Es gibt Leute, die kannst du nicht so leicht beeinflussen und so leicht manipulieren. Und es gibt Leute, die kannst du viel leichter beeinflussen und manipulieren. Deswegen, ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Olaf Scholz vergleiche mit einem Trump oder mit einem Putin oder einen Biden vergleiche mit einem Trump oder mit einem Putin, da sehe ich schon krasse Unterschiede, weißt du? Der Westen die Guten und die Russen die Bösen sind oder entpuppt sich dies abermals als Trugschluss? Nun, ich habe die für uns wichtigsten Ausschnitte aus dem zwei Stunden langen Interview herausgesucht und werde zwischen den einzelnen Themenblöcken kommentieren. Wer die vollständige, unkommentierte Version des Interviews ansehen möchte, findet dazu einen Link unter dem Video. Ja, auch wenn Tucker Carlson den Aufbau des Interviews anders geplant zu haben scheint, griff Putin doch recht schnell nach dem Ruder und entschied den amerikanischen Journalisten, auf eine 30-minütige Reise durch die russische Geschichte mitzunehmen. Beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Während sich der deutsche Kanzler an nichts erinnern kann und Joe Biden kaum einen geraden Satz herausbekommt, Facts Der russische Präsident ohne Mühe alle Geschehnisse der letzten 1500 Jahre seines Landes aufzählen. Das ist schon, siehst du, da merkst du schon, also so intellektuell gesehen hat der Bruder auf jeden Fall einiges voraus, den JungsInnen aus unserer Regierung zum Beispiel oder der aktuellen amerikanischen Regierung. Im Kern ging es Putin darum, zu erklären, warum die Ukraine aus seiner Sicht schon immer ein Teil Russlands war und sich nur durch fragwürdige Umstände zu einem eigenständigen Land entwickeln konnte. Wir hören mal rein. Originally, die word Ukrainian meant that a person was living on the outskirts of the state, along the fringes, or was engaged in a Border Patrol service. It didn't mean any particular ethnic group. Before World War I, Austrian General Staff relied on the ideas of Ukrainianization and started actively promoting the ideas of Ukraine and the Ukrainianization. Just before World War I, they wanted to weaken the potential enemy and secured themselves favorable conditions in the border area. For decades, the Ukrainian Soviet Republic developed as part of the USSR. Also im Endeffekt sagt er, dass Ukraine eigentlich nur bedeutete, dass die an dem Rand quasi von diesem Land leben so, dass das keine eigene ethnische Gruppe ist im Endeffekt, sondern dass die eigentlich eins sind, mehr oder weniger. Und die Idee kam erst kurz vorm Ersten Weltkrieg, ne? Dass man da einen eigenen Staat draus macht, quasi. And for unknown reasons again, the Bolsheviks were engaged in Ukrainianization. Ja, die Ukraine als Brotkorb Europas. Ey, Superwesen, bleib mal ein bisschen locker, Digga. Ich schwöre, ich küsse dein Herz, Digga. Ich sag da einfach, das ist ein Lichtwesen, Digga. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jemand, der aktiv Menschen tötet, jemand, der aktiv Menschen tötet oder dazu beiträgt, Menschen zu töten, in der Regierung sitzt, wo sowas beschlossen wird, ist weit weg von dem, was ich als Lichtmensch sehe, so weißt du? Wenn du jetzt mit Jesus vergleichst oder mit Propheten oder mit Leuten, die Erleuchtung erlangen wollen, mit Buddhisten, Yogis, was auch immer, so. Also göttliche Menschen würden niemals andere Menschen töten, weißt du? Und würden niemals, würden niemals dazu aufrufen, andere Menschen zu töten. So. Also deswegen muss man immer schön die Kirche im Dorf lassen, so weißt du, wie ich meine? Ich kann verstehen halt, wie Leute, wie er jetzt zum Beispiel, sich halt die politische Landschaft reinziehen und dann nur so eine gesteuerte Marionetten wie ein Olaf Scholz sehen, der überhaupt keine Seele hat, wo man gar nichts spürt und merkt so. Und wenn dann so ein Putin oder ein Trump um die Ecke kommt, der redet und man hat das Gefühl, der ist ein echter Mensch, dass man dann sagt, okay, das ist Jesus. Weißt du? Weil die alle anderen sind so abgefuckt, sie sind so schlecht und so intellektuell. Bruder. Einfach ganz tief so, dass wenn einer kommt, der nur ein bisschen Menschlichkeit zeigt, so, dann frisst man dem direkt aus der Hand, so, weißt du? Verstehe ich. Dark Wolf, ich küsse deine Zirbeldrüse. Muchas gracias. Danke für deinen Support. Liebe geht raus. Love, force of the red. Neun fortlaufende, Digga. Das nenne ich OG. Thank you. Danke für jede Unterstützung, mein lieben Freund. Ich liebe euch. Während der Weltkriege ein enorm wichtiger Spielball zwischen dem Deutschen Reich, beziehungsweise Dritten Reich und dem Zarenreich, beziehungsweise der Sowjetunion auf der anderen Seite. Denn wer die dortige Getreideproduktion kontrollierte, musste sich während der Offensive keine Gedanken um die Versorgung der Soldaten machen. Die Ukraine als von Russland unabhängigen Staat zu etablieren, war nachgewiesenermaßen ein Ziel der Mittelmächte. Doch dann bestätigt Putin selbst, dass auch die Sowjetunion nach den Kriegen die Entstehung eines eigenen ukrainischen Nationalbewusstseins förderte. Das Argument, dass die Ukraine eigentlich nie ein eigenständiges Land war und deshalb zu Russland gehören sollte, hinkt etwas, was Carlson durch eine brillante Frage deutlich unterstreichen konnte. Do you believe Hungary has a right to take its land back from Ukraine and that other nations have a right to go back to their 1654 borders? I'm not sure whether they should go back to the 1654 borders. You told Viktor Orban that he can have part of Ukraine? Der hat schon gute Fragen gestellt, ne, der Taka? I've never said it. Never. I've never... Ich finde das so, weißt du, das ist ja schon so heftig, dass man überhaupt ein Interview sieht, so, mit einem Politiker, der das Land regiert, mit einem Journalisten, so, und es ist ein echter Talk, so, wie meine Commons Café Talks oder was auch immer, so, es ist ein Podcast, der, weißt du, wie ich meine? Und der sitzt da, umgeschnitten und, und, und redet so. Das ist schon so, für uns ist das crazy, weil sowas haben wir in Deutschland eigentlich, glaube ich, seit Helmut Schmidt noch nie gesehen, alter. Und nie wieder gesehen, meine ich. Carlson fragt, ob denn laut Putins Ansicht auch andere Staaten wie Ungarn zum Beispiel das Recht hätten, ihre Grenzen von vor Jahrhunderten wiederherzustellen. Schließlich gehören auch ehemals ungarische Gebiete heutzutage zur Ukraine. Putin sagt, dass er sich dabei nicht sicher sei und der Orban auch nie aufgefordert habe, sich die ehemals ungarischen Gebiete zurückzuholen. Ich bin der Meinung, dass es für den weiteren Verlauf des Interviews, auch mit Blick auf die weltweite Auffassung des Gespräches, von großem Vorteil war, dass Carlson dieses Argument entkräften konnte. Noch weiter im Text. Der nächste Abschnitt ist nämlich für uns Deutsche überaus interessant. Dabei äußert sich Putin... Die haben auch voll lang über Deutschland geredet, hoffentlich bei der das auch, wahrscheinlich. Nicht voll lang, aber ein paar... So, die haben schon gut über Deutschland geredet, und da dachte ich mir auch so krass. So, before World War II, Poland collaborated with Hitler, und although it did not yield to Hitler's demands, it still participated in the partitioning of Czechoslovakia, together with Hitler, as the Poles had not given the Danzig Corridor to Germany, it went so far, pushing Hitler to start World War II by attacking them. Why was it Poland against whom the war started on 1. September 1939? Poland turned out to be uncompromising, and Hitler had nothing to do but start implementing his plans with Poland. Der russische Präsident sagt also, dass die Polen am Anfang mit den Nationalsozialisten kooperierten, sich dann aber nicht an die Abmachung hielten, und den im Ersten Weltkrieg gewonnenen Danziger Corridor nicht zurück an Deutschland transferierten, weshalb Ostpreußen von Deutschland abgeschnitten blieb. Mit dieser Kompromisslosigkeit hatten sie den späteren Angriff der Deutschen selbst provoziert. Ja, der Zweite Weltkrieg hatte tatsächlich... Das ist krass. Ich hab bei dieser Weltkriegsgeschichte, also da hab ich mich lange nicht mehr mit und hab noch in der Schule, glaube ich, nicht so krass aufgepasst, aber ich glaube, diese Information, also dass das so war, ähm, haben wir das gelernt so im Geschichtsunterricht? Wurde das erwähnt so? ... als nur einen Auslöser. Putin hätte noch die zehntausenden deutschen Morde in Westpreußen erwähnen können, doch darum sollte es ja in diesem Interview nicht gehen. Für uns Deutsche ist diese Randnotiz trotzdem sehr interessant. Im Anschluss spricht Putin über die Geschehnisse nach dem Mauerfall und der Auflösung der Sowjetunion. The former Russian leadership assumed that the Soviet Union had ceased to exist and therefore there were no longer any ideological dividing lines. And let's get into the fact that after 1991, when Russia expected that it would be welcomed into the brotherly family of civilized nations, nothing like this happened. You tricked us. I don't mean you personally, when I say you. Of course, I'm talking about the United States. The promise was that NATO would not expand eastward. But it happened five times. There were five waves of expansion. We tolerated all that. We were trying to persuade them. We were saying, Please don't. We are as bourgeois now as you are. We are a market economy and there is no communist party power. Let's negotiate. Die wollten halt mit dabei sein in den Vereinten Nationen oder die wollten auch respektvoll behandelt werden, sage ich mal so, weißt du. Das hast du auch in der Rede gesehen, die Putin mal im Bundestag gehalten hat so. Er war sehr aufgeschlossen gegenüber mit der EU zu kooperieren und Geschäfte zu machen etc. pp. Aber ich glaube, die Vereinten Nationen und die westliche Welt, die NATO etc. haben die Russen nie richtig ernst genommen und immer noch im Hinterkopf als Feind gesehen so weißt du. Und deswegen auch drauf geschissen, was für ein Wort die denen gegeben haben, dass die gesagt haben, keine Osterweiterung etc. pp. Und ich glaube, das ist auch mit so einer der Hauptgründe, warum die Sache in der Ukraine überhaupt passiert ist so. Weißt du, was ich meine? Weil die einfach ihr Wort nicht gehalten haben und weil die quasi dann Russland nicht respektiert haben. So weißt du, was ich meine? Da ist das mehr oder weniger, oder? Auch hier muss man Putin recht geben. Russland hat nach dem Fall der UdSSR deutliche Signale gesendet, dass sie sich Teil der westlichen Gemeinschaft werden möchten. So, das meinte ich doch. Die neuen Regierenden in Moskau waren schließlich selber froh, dass der Kommunismus vorbei war und endlich das marktwirtschaftliche Potential des gigantischen Landes genutzt werden konnte. Doch der Westen reagierte wiedererwartensfeindlich. Was auch, was auch heftig ist, wenn man das so betrachtet, wenn Deutschland eine engere Beziehung mit Russland aufgebaut hätte, auch nach dem ganzen Scheiß, der passiert ist quasi auch im Zweiten und nach dem Zweiten Weltkrieg, hätten die eine Beziehung, eine Freundschaftsbeziehung miteinander aufgebaut, dann wäre das eine mächtige Verbindung gewesen. So, das darf man nicht unterschätzen. So, dass auch die Vereinigten Staaten zum Beispiel ein Rieseninteresse daran haben, Deutschland und Russland zu spalten. So, dass wir nicht zusammenkommen. Weil wir wären, das wäre zu stark. So. Du siehst ja jetzt auch, was das für Auswirkungen hat, dass wir auch keine, keine, ja, diese ganzen Energiegeschichten aus Russland nicht mehr importieren. So, wie die deutsche Wirtschaft darunter leidet. Also Deutschland macht sich aufgrund von Loyalität zu Amerika im Endeffekt selbst kaputt auch. Ist crazy. Die Kooperation ab und expandierte stattdessen die ehemals gegen die UdSSR gerichtete NATO immer weiter nach Osten und dann näher an Moskau heran. Zudem starteten sie eine Militärkampagne auf dem ehemals sowjetischen Balkan, was Moskau weiter provozierte. Putin erzählt, dass er kurz nach seinem Amtsantritt zur Jahrtausendwende den US-Präsident Bill Clinton sogar gefragt habe, ob Russland nicht der NATO beitreten könnte, was diese allerdings entschieden ablehnte. At a meeting here in the Kremlin, with the outgoing President Bill Clinton, right here in the next room, I said to him, I asked him, Bill, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Suddenly he said, you know, it's interesting, I think so. But in the evening, when we met for dinner, he said, you know, I've talked to my team, no, no, it's not possible now. Why we received such a negative response, you should ask your leaders. I can only guess why, too big a country with its own opinion and so on. Die Frage ist, warum die Amerikaner diesen Pakt mit Russland abgelehnt und sich damit einem Pfad für anhaltenden Weltfrieden versperrt haben. Später im Interview gibt Putin dafür eine Erklärung. Man muss halt auch ganz klar dazu sagen, dass sowas wie Weltfrieden für die USA sehr schwierig wäre. Rein finanziell gesehen so. Man muss ja auch ganz, man muss sich auch bewusst machen, dass mit Krieg und mit Unfrieden extrem viel Geld gemacht wird, ne. Und dass das eine riesen Maschinerie ist quasi hinten dran so. Die Waffenindustrie alleine. Wie viel Geld die machen mit dem Töten und mit dem Krieg und mit dem Leid von Nationen und Menschen, so weißt du, da ist kein wirkliches Interesse daran, Weltfrieden zu schaffen. Die ich persönlich sehr plausibel halte. Wir hören rein. During the confrontation with the Soviet Union, there were many centers created and specialists on the Soviet Union, who could not do anything else. They convinced the political leadership that it is necessary to continue chiseling Russia, to try to break it up, to create on this territory several quasi-state entities and to subdue them in a divided form, to use their combined potential for the future struggle with China. Ja, die Amerikaner hatten während dem Kalten Krieg zu viele Behörden aufgebaut, deren einzige Aufgabe darin bestand, die UdSSR zu bekämpfen. So auch der Auslandsgeheimdienst CIA. Diese Behörden überzeugten die politische Führung der Vereinigten Staaten, dass Russland noch immer eine Gefahr sei und in kleinere Staaten zersplittert werden müsse, um diese dann einem sich bereits abzeichnenden Konflikt, gegen die aufsteigende Supermacht China instrumentalisieren zu können. Der Yassin sagt gerade, die benutzen Angst durch unsichtbare Sachen und haben Kriege gegen Sachen erfunden, die nicht einfach enden. Krieg gegen Drogen und Terror zum Beispiel. Die amerikanische CIA als Keil zwischen dem Westen und Russland. Das passt auch zum nächsten Abschnitt, in dem Putin erklärt, dass die CIA Terrorgruppen im Kaukasusgebirge finanziert und mit Waffen unterstützt hat. Die CIA, die haben schon öfter mal Terroristen, Terroristen, also manchmal waren es Friedenskämpfer, so je nachdem, ob die das amerikanische Ziel mitverfolgen oder nicht. Freiheitskämpfer, Friedenskämpfer und wenn das dann gegen das Ziel von den Amis auf einmal ein bisschen umgeschwungen ist, so dann waren es Terroristen. Die schieben und drücken und machen und wenden, so wie das denen gerade am besten passt. Und political support, information support, financial support, even military support came from the United States and its satellites for terrorist groups in the Caucasus. I once raised this issue with my colleague, also the President of the United States. He says, it's impossible, do you have proof? I said, yes. I was prepared for this conversation and I gave him that proof. He looked at it and you know what he said? I apologize, but that's what happened. I'll quote. He says, well, I'm gonna kick their ass. We waited and waited for some response. There was no reply. I said to the FSB director, write to the CIA. What is the result of the conversation with President? The CIA replied, we have been working with the opposition in Russia. We believe that this is the right thing to do and we will keep on doing it. Just ridiculous. Well, Next sagt gerade, glaubst du, Taka ist ein Doppelagent jetzt? Bro, um ehrlich zu sein, glaube ich, Taka ist einfach ein Journalist, ein Podcaster, jemand, der Bericht erstattet und der sich jetzt, seitdem er bei Fox News raus ist, auch keine Grenzen mehr setzen lässt und die Gespräche führt, die er gerne führen würde. So weißt du, wie ich meine? Der hat jetzt in dem Gespräch auch nicht so gewirkt, als ob er Putin die ganze Zeit zustimmt und ob er irgendwie ein Agent von Russland ist oder irgendwie sowas, weißt du, wie ich meine? Nee, hat also für mich persönlich, wie das rübergekommen ist, was da hinter den Kulissen läuft, weiß ich auch nicht, Digga. Aber es ist, ja, ich kann, ja, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur ein Dude ist, der gerne aufklären würde. So. ... und wollen dem kapitalistischen Westen beitreten, werden dann aber zurückgestoßen und vom US-Geheimdienst CIA mit Terroristen bekämpft. Taka kam... ... und dann habe ich mir einige Gespräche von ihm reingezogen mit, mit, mit hier, ähm... Wie heißt der Bruder aus England nochmal? Russell Brand zum Beispiel. Dann habe ich mir das Ice Cube Ding reingezogen. Dann habe ich mir das Trump Ding reingezogen. Ey, der macht geile Gespräche. ... und hakt nach, ob das dann bedeuten würde, dass eigentlich die Geheimdienste und nicht der Präsident die Macht in den USA haben, was Putin bejaht. ... und dann sind sie von ihren Agency-Händen untergebracht worden. So, es klingt, wie du ein System beschreibst, das nicht durch die Leute, die in deinem Telefon sind. Natürlich nicht, Bro. Natürlich nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. Danach erklärt... ... especially in America or in Germany. ... Putin, wie sich die US-Geheimdienste, allen voran die CIA, in die demokratischen Wahlen in der Ukraine eingemischt haben, um sicherzustellen, dass das Land pro-westlich und nicht pro-russisch regiert wird. Um die Wahl des pro-russischen Kandidaten Janukowitsch im Jahr 2005 zu verhindern, erfanden sie einfach einen verfassungswidrigen dritten Wahlgang... ... und plötzlich der pro-westliche Kandidat Yudchenko gewann. Das war der erste Putsch in der Ukraine. Die US unterstützte die Opposition und die dritte Runde war geschlossen. Was ist das? Das ist ein Kug. Als dann im Jahr 2010 schließlich doch der aus dem Donbass-Stamm der Janukowitsch an die Macht kam und das Land eher in Richtung Russland ausrichten wollte, funkte die EU dazwischen. Sie lockte Janukowitsch mit einem Freihandelsabkommen, was allerdings auch Russland mit europäischen Waren geflutet hätte, da zwischen Russland und der Ukraine keine Zölle erhoben werden. Putin kündigte daraufhin an, den Zollfreistatus der Grenze aufzuheben, was Janukowitsch zum Umdenken bewegt. Deus sagt gerade, ja normal, Putin hat ja auch nicht die absolute Macht. Ja. Aber ich glaube zu wissen, also ich, ich, das ist nur mein, Bro, ich bin keiner, der was weiß. Das muss man immer gut so sagen. Man kann immer nur von sich selbst ausgehen, was man selber gerade denkt. Man zieht sich Informationen rein von vielen verschiedenen Seiten und macht sich seine eigenen Entschlüsse so. Und ich glaube zu wissen, dass zum Beispiel ein Putin in Russland mehr Macht hat, als ein Olaf Scholz in Deutschland oder ein Joe Biden in Amerika so. Ehrlich gesagt. Weil der erstens schon über 20 Jahre am Start ist so und weil die ganz andere Mechanismen da haben. Und ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, auch mit seiner Vergangenheit etc. und so, dass der viel, ja, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und den EU-Deal platzen ließ. Daraufhin hat die CIA einen Putsch gegen Janukowitsch angezettelt, der sie mehr als 5 Milliarden Dollar gekostet hat, wie Putin erklärt. As the Americans requested, Janukowitsch did use neither the armed forces nor the police, yet the armed opposition committed a coup. Einer sagt, Putin ist Präsident und Olaf nur Kanzler. Ja, aber Biden ist auch Präsident. Aber der Deep State in Amerika ist halt wild. Was da von der CIA und von diesen ganzen Geheimdiensten und so gesteuert wird, das ist crazy. Also die Präsidenten selber haben meistens gar nicht so viel zu erzählen. Und dann muss man auch ganz klar noch sagen, dass auch immer im Hintergrund, man darf den Hintergrund nicht vergessen, dass viele von diesen politischen Leuten, die in der Politik stattfinden noch, dass die einfach nur Marionetten sind. Und dass die von hinten von einer größeren Hand gesteuert werden. Und zwar von den Leuten, die das Geld haben. Die Milliardärsfamilien, die schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden involviert sind. Das sind alles Dinge, die darf man nicht rausdividieren. Weißt du, die muss man immer noch im Kopf behalten. Die sind im Hintergrund auch am Start. Und deswegen, davon wird auch sehr viel gesteuert und gelenkt. Und unter dem neuen, vom Westen installierten Präsidenten Poroschenko wurde ein Bürgerkrieg gegen die russisch-stärmige Bevölkerung im Donbass losgetreten, bei dem Panzer und Raketen gegen Zivilisten eingesetzt wurden. They launched the war in Donbass in 2014, with the use of aircraft and artillery against civilians. This is when it all started. There is a video of aircraft attacking Donetsk from above. How could we not express concern over what was happening? From our side, this would have been a culpable negligence. That's what it would have been. Einer schreibt, diese Familien gibt es nicht so krass in den USA wie in Deutschland. Brav! Bruv, ist es deine Herzen? It's just that the US political elite... ...sind aber auch eigentlich Europäer. Chip pushed us to the line we could not cross, because doing so could have ruined Russia itself. Nicht zu handeln, wäre sträfliche, unterlassene Hilfeleistung gewesen, sagt Putin. Immerhin sind 80 Prozent der Menschen, die im Donbass angegriffen wurden, ethnische Russen und betrachten sich oftmals eher als Russen als als Ukrainer. Wie würden die USA reagieren, wenn Amerikaner in Mexiko militärisch bekämpft werden? Würden sie die Füße stillhalten? Wichtig ist auch der folgende Abschnitt. We would have never considered to even lift a finger, if it hadn't been for the bloody developments on Maidan. Because we agreed with the fact that after the collapse of the Soviet Union, our borders should be along the borders of former Union's republics. We agreed to that. But we never agreed to NATO's expansion and moreover, we never agreed that... ...allem mit dem englischen Königshaushalt verwandt... ...would be in NATO. ...Base NATO. Also ohne CIA Maidan-Putsch und NATO-Osterweiterung hätte Russland die Ukraine niemals angegriffen. Dann kritisiert Putin, dass die ukrainische, französische und deutsche Regierung... Ich... ja, okay. ...merke die Vereinbarungen des Minsker Abkommens von 2014 nicht eingehalten haben. Obwohl man mit diesem Friedensvertrag den Krieg hätte verhindern können. But no, the current Ukrainian leadership, foreign minister, all other officials and then president himself... ...said that they don't like anything about the Minsk agreements. In other words, they were not going to implement it. A year or a year and a half ago, former leaders of Germany and France said openly to the whole world... ...that they indeed signed the Minsk agreements, but they never intended to implement them. ...simply led us by the nose. ...I honestly believe that if we managed to convince the residents of Donbass and we had to work hard to convince them... ...to return to the Ukrainian statehood, then gradually the wounds would start to heal. And the situation got to the point when the Ukrainian side announced... ...no, we will not do anything. They also started preparing for military action. It was they who started the war in 2014. Our goal is to stop this war. And we did not start this war in 2022. This is an attempt to stop it. Putin was out eigener Aussage bereit, den Donbass, trotz des Bürgerkrieges gegen Russen, als ukrainisches Gebiet zu akzeptieren... ...and hoffte, dass die Wunden heilen und sich die Menschen in der Ostukraine irgendwann wieder als Teil der Ukraine fühlen können. Deswegen hat er das Minsk-Abkommen unterschrieben und nicht damals schon militärisch eingegriffen. Heißt das nicht Ost-Kokaine? Grüße gehen raus an die Baerbock, Digga. Doch wie Merkel 2022 selbst bestätigte... Der Kelp! ...diente das Minsk-Abkommen nur dazu, der Ukraine mehr Zeit für die Kriegsvorbereitungen zu verschaffen. Ja, wer sind die Aggressoren, muss man sich hier fragen. Zumal sich das Ganze im Frühjahr 2022 wiederholt hat. Kurz nach Beginn des Krieges wurde in Istanbul über ein mögliches schnelles Ende des Krieges verhandelt. Doch trotz des guten Fortschritts scheiterten die Bemühungen. Das ist eine von den Problemen, die wir diskutiert haben, in Istanbul, early dieses Jahr. Meine Unterparten in France und Germany gesagt haben, wie sie sich in Deutschland sagen können, wie sie sich in den Krieg beherrschte? Die Kriegsvorbereitungen müssen, die Kriegsvorbereitungen müssen. Die Kriegsvorbereitungen müssen, die Kriegsvorbereitungen müssen. Ich sagte, all right, wir withdrew die Kriegsvorbereitungen von Kyiv. As soon as we pulled back our troops from Kyiv, our Ukrainian negotiators immediately threw all our agreements reached in Istanbul into the bin and got prepared for a long-standing armed confrontation with the help of the United States and its satellites in Europe. Moreover, the president of Ukraine has legislated a ban on negotiating with Russia. Ja, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass ein wirkliches Interesse daran besteht, Frieden zu schaffen, teilweise, bei Konflikten. Weißt du, es gibt Mächte auf der Welt, da bin ich überzeugt von, die dafür sorgen könnten, dass Frieden ist. Auch gerade in Israel und Palästina. Es wäre möglich. Das geht. Man muss sich halt fragen, soll das so sein? Möchten die wirklich, dass Frieden ist? Er schickte ein Decree, um alle zu negatieren, mit Russland zu negatieren. Aber wie werden wir negatieren, wenn er sich selbst und alle zu tun hat? Ja, laut Putin hat unter anderem die Scholz-Regierung Russland in Aussicht gestellt, dass sich die Ukraine auf einen Pakt einigen werde, wenn er die Truppen aus Kyiv abgezogen hat. Nachdem Putin genau das getan hat, wurde der Vertrag allerdings in den Müll geworfen und dessen eine große Militärkampagne gegen Russland aufgebaut. Verstehst du, was ich meine? Zudem erließ Zelensky ein Dekret, das sämtliche Verhandlungen mit Russland ausdrücklich verbietet. Ja, und jetzt kommt der für mich wichtigste Teil des gesamten Interviews, da diese Aussagen, das vom westlichen Mainstream aufgespannte Narrativ, Russland habe es auf weitere NATO-Staaten abgesehen und man müsse sich auf eine Invasion vorbereiten, entkräftet. Wir hören rein. Do you think NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? At least that's what they're talking about. And they're trying to intimidate their own population with... Angst machen. ...imaginary Russian threat. Just smart people understand perfectly well that this is a fake. They're trying to fuel the Russian threat. The threat I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. You're a dictator, bro. Have they not said the new Hitler in German media? You're a bad guy, of course. We trust them. It's just threat-mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine. He has territorial aims across the continent. And you're saying unequivocally you don't. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. It's obvious. There are certainly means of deterrence. They have been scaring everyone. That's so, I don't want to defend anyone, you know? Because I think Putin, or you know, Putin has also people on their own. You know what I mean? He has also Krieges and blah, blah, blah. And people, at least, have been warned, other people to kill people through certain things. That's crazy, I find, is how not fair berichtet is. That not by everyone gleich berichtet is. We know you, the one kills more people than the other. But the one is a holy and the other is a bad guy. That's the next Hitler. That's crazy. So, like with Hitler. That's the worst person, the one ever lived in the world. And I don't want to talk about it or so. Aber es gab Menschen, die haben viel mehr Menschen ausgerottet. In Afrika zum Beispiel. Millionen von Menschen einfach ausgerottet. Für die werden Statuen gebaut. Über die wird in der Geschichte, im Geschichtsunterricht, in der Schule gut geredet. Verstehst du, was ich meine? Und das ist dieses Ekelhafte. Dass halt einfach Unterschiede gemacht werden zwischen verschiedenen Arten von Menschen, damit wir glauben, okay, der ist der Böse, der ist der Gute, die sind die Guten, die sind die Bösen. Und das siehst du ja auf allen Seiten, auch bei den Opfern. Wenn Menschen sterben, die schwarz sind, dann wird darüber weniger berichtet, als wenn Menschen sterben, die weißen und blauen Augen haben. Weil es viel schlimmer ist. Und wenn Moslems sterben, ist es auch nicht so schlimm, wie wenn andere sterben. Und so wird uns immer das Narrativ verkauft, sodass es einen Unterschied gibt zwischen Menschen. Aber wir bluten am Ende des Tages alle gleich. Wir sind alle Menschen. Wir haben alle den gleichen Wert. Und jeder einzelne Mensch, der stirbt, ist einer zu viel. Und jeder Mensch, der dazu beiträgt, dass andere Menschen sterben, ist kein guter Mensch. Und zwar alle gleich nicht gut. Da gibt es nicht, der eine ist besser und der andere ist schlechter. Das ist fair. Wir haben uns all along. Tomorrow, Russia will use tactical nuclear weapons. Tomorrow, Russia will use that. No, the day after tomorrow. So what? Crazy Grandpa sagt, aber im Vergleich mit anderen aktuellen Staatsmännern wirkt er doch geistig haushoch überlegen und souverän. Ja, ja, das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Und deswegen sind auch viele Leute und sind halt richtig Fan von Trump und Putin und so, weil die halt normal reden können. Das ist schon so. Wenn du dich hinstellen kannst und normal reden kannst und wenn man auch ein bisschen das Gefühl hat, dass du eine Seele hast, dass du zur Menschheit dazugehörst, dann dragst du schon extrem heraus. Dann bist du schon ein heftiger Typ bei diesen ganzen anderen Konsorten, die wir in der politischen Landschaft haben, so weißt du. So, der eine kann nicht immer reden, der pennt ein beim Reden, der andere fällt um beim Reden. Der eine, der hat gar keine Gestik, Mimik, keine Seele. Die andere kann nicht mal zwei, drei deutsche Sätze an den Start bringen, so weißt du, wie ich meine. Also im Vergleich zu diesen Leuten sehen halt so Leute wie Trump und Putin halt aus wie die Heftigsten. Ist halt einfach so. Es widerspricht dem gesunden Menschenverstand, dass Russland die NATO angreifen würde, da das die Zivilisation zerstören könnte. Das ganze Gerede der Medien und Politik im Westen ist nur Angstmache, um die Entsendung von mehr Steuergeld und Waffen in die Ukraine zu rechtfertigen. Mal schauen, wie der Mainstream das framen will. Der nächste Teil ist für uns Deutsche von besonderer Relevanz. Jetzt hier Nordstream, Digger, fühle ich. Das ist diese, das ist die Passage, die ich gemeint hatte. Und, ja. Wer die Nordstream-Pipeline gesprengt hat? Wer die Nordstream-Pipeline gesprengt hat? Geil, wie der einfach so fragt. Vor allen Dingen, ihr hättet den Übergang sehen müssen, Alter. Den hat er jetzt nicht mit eingebunden. Die haben mal ein ganz anderes Thema gehabt. Wer die Nordstream-Pipeline gesprengt hat? Du für sicher. Der ist der Geilste, der sagt du. Ich war das Tag beschäftigt. Einfach Podcast gemacht, Digger, das gibt mir richtig kompens Kaffee-Vibes, yo. Neid, do you have... Uh, I did not blow up Nordstream. Thank you, though. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Why wouldn't the Germans say something about it? Also laut Putin hat die CIA das größte Motiv für diesen Terroranschlag auf die deutsche Infrastruktur. Er selbst ist sehr verwundert, dass die Scholz-Regierung das Ganze einfach hinnimmt. Dies zeige, dass sie nicht die Interessen des eigenen Landes vertreten. Die machen ihr Maul auf bei solchen Geschichten, weißt du? Aber der normale Deutsche, der sagt, ey, nee, Digga, das ist richtig so, Digga, wir dürfen nicht mehr von Russland das und das. Das kann nicht sein. Digga, Putin ist Hitler. Weißt du, wie ich meine? Das können wir nicht machen. So. Das ist crazy. Also von der Regierung habe ich nichts anderes erwartet, aber vom Volk. Was für uns natürlich nichts Neues ist. Doch dann sagt er das... Und dann, und dann, und dann... Ach, Digga, Alter. Die Wirtschaft in Deutschland geht den Bach runter, so. Und die Leute konzentrieren sich auf die, auf die, auf die bösen Moslems, Digga. So. Das sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass Deutschland den Bach runter geht, Mann. Weißt du, was ich meine? Die Flüchtlinge, Bro. So. Anstatt mal zu checken, was so die großen Themen sind. Weißt du? Und AfD ist auch eine kriegstreiberische Partei. Facts. So, das ist so krass. Das ist so krass, finde ich. Wenn du nur ein bisschen deine Augen aufmachst, dann verstehst du das auch alles. But one pipe is safe and sound and gas can be supplied to Europe through it. But Germany does not open it. We are ready, please. We are buying liquefied gas at exorbitant prices in Europe, which brings the level of our competitiveness and economy in general down to zero. Those are highly incompetent people. Putin bietet Deutschland wieder Erdgas an, das über die intakte polnische Pipeline empfangen werden könnte. So könnte Deutschland seine Wirtschaft retten, wobei er selbst zweifelt, ob die, Zitat, inkompetenten Leute in der Regierung das überhaupt wollen. Ja, nach alledem, was Deutschland... Die entscheiden das sowieso nicht. So. Die entscheiden das nicht. Da muss erst mal mit Papa Amerika geredet werden. So, dürfen wir bitte wieder Gas von Russland bekommen, sodass wir unsere Wirtschaft wieder stabilisieren können, Papa? Oder geht das nicht? Nee, geht nicht. Und da steckt auch ein größerer Plan dahinter, Deutschland zu destabilisieren. Weißt du? Das ist bewusst so gemacht. Das steckt ein Plan dahinter, meiner Meinung nach. Das ist ganz klar alles mehr oder weniger gesteuert. So. Und da steckt auch meiner Meinung nach ein Plan dahinter, dass so eine Partei wie AfD in Deutschland an die Macht kommt. So. Das soll so sein. Das soll genau so sein. ...getan hat, ist Russland immer noch bereit, unserem Land dabei zu helfen, seine Wirtschaft zu retten. Dann spricht Putin eine eindringliche Warnung an die Vereinigten Staaten aus, die durch die von ihr selbst ausgelöste weltweite D-Dollarisierung Gefahr laufen, in einer Hyperinflation zu landen, die ihr gesamtes System sprengen könnte. Die D-Dollar ist die Körnerstunde des USA-Präschen. Ich denke, dass jeder sehr gut versteht, dass, dass, egal wie viele D-Dollar sind, sie sind ... Vor allen Dingen für die Leute, die nicht merken, merkt ihr nicht, wie allein diese Diskussion über die AfD Deutschland schon wieder destabilisiert? Diese Spaltung, rechts gegen links, die gehen gegen rechts auf die Straße, die anderen machen das andere, wir spalten uns wieder gegenseitig. Leute haben Angst, dass die ausgewiesen werden, weil die eine gewisse Religion haben oder einen gewissen Migrationshintergrund. Das wird keine Stabilität ins Land reinbringen, glaubt mir das. Das wird noch tiefer in die Spaltung reingehen, noch tiefer. Und solange wir gespalten sind, können wir nichts bewegen, können wir nichts verändern. Und solange wir daran glauben, dass irgendeine Partei uns retten wird, werden wir eh nie irgendwas verändern. Wir müssen eigentlich bei uns selbst anfangen und selbst verändern und dann zusammenkommen im Volk. Wir müssten uns gegenseitig respektieren, akzeptieren, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, uns wieder lieben und ein starkes Volk sein, das nicht so einfach sich von irgendwelchen Medien oder von irgendwelchen Clowns steuern lässt, spalten lässt oder emotionalisieren lässt, weil wir Stärke in uns haben und dann in unserer Community oder im Volk quasi. Das ist ein starkes Land, wenn wir uns gegenseitig lieben, wenn wir zusammenkommen im Volk und uns nicht von irgendwelchen Leuten, die über uns stehen, in Anführungszeichen, uns irgendwelche Sachen immer aufdrücken lassen und dann da mitspielen. Da müssen wir mal aufwachen. Weißt du, wie ich meine? Da müssen wir einfach mal aufwachen. ...dispersed all over the world. Nevertheless, it is the main weapon used by the United States to preserve its power across the world. As soon as the political leadership decided to use the US dollar as a tool of political struggle, a blow was dealt to this American power. I would not like to use any strong language, but it is a stupid thing to do and a grave mistake. Look at what is going on in the world. Even the United States allies are now downsizing their dollar reserves. Moreover, other countries, including oil producers, are thinking of and already accepting payments for oil in Yuan. Do you even realize what is going on or not? Does anyone in the United States realize this? What are you doing? You are cutting yourself off. All experts say this. Ask any intelligent and thinking person in the United States what the dollar means for the U.S. You are killing it with your own hands. Ich habe in zahlreichen Berichten aufgearbeitet, in welch prekärer Lage sich das Petrodollarsystem der USA befindet und was passieren wird, wenn mehr und mehr Staaten ihr Öl nicht länger in Dollar handeln. Russland arbeitet zusammen mit China am neuen BRICS-Machtblock, der insbesondere auch den Ölfördern in den Staaten einen Ausweg aus der US-Kontrolle bieten wird. Gleichzeitig betont Putin mit Hinblick auf die BRICS aber das Folgende. Listen, you have said that the world is breaking into two hemispheres. A human brain is divided into two hemispheres. But it is still one and the same head. The world should be a single whole. Security should be shared, rather than a meant for the golden billion. That is the only scenario where the world could be stable, sustainable and predictable. Also, auch wenn hier... Das ist krass. Da merkst du so, 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 so... Da dachte ich mir schon so heftig, Alter. Das ist schon krass, ne? Wenn zwei Machtblöcke entstehen, geht es doch darum zu erkennen, dass sie zwei Hälften eines großen Ganzen sind und zusammenarbeiten sollten, um die Probleme der Zukunft zu lösen. Ja, und dann gibt Putin den USA, die von ihrem Thron als alleinige Weltmacht heruntersteigen müssen, den folgenden Rat mit auf den Weg. It is not about the personality of the leader. It is about the elites mindset. If the idea of domination at any cost, based also on forceful actions, dominates the American society, nothing will change. It will only get worse. But if in the end one comes to the awareness that the world has been changing due to the objective circumstances and that one should be able to adapt to them in time, using the advantages that the US still has today, then perhaps something may change. Wenn die USA den Wandel akzeptieren und lernen, sich anzupassen, dann können sie ihre immer noch vorhandenen Vorteile vielleicht nutzen, um in einer guten Position auf der Weltbühne zu bleiben. Ja, ich glaube, dass genau hier Trump ins Spiel kommen wird, doch dazu mehr in einem anderen Bericht. Nun kommen wir zu der Frage, die sich alle stellen. Wird es einen Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine geben? Ist Putin bereit zu verhandeln? We have never refused negotiations indeed. Ich bin so tief in der, also ich persönlich, ich persönlich bin halt so tief in der Schwurbelei drin und hab meinen Aluhut festsitzend auf dem Kopf, dass ich immer noch, immer noch so, immer skeptisch bin. Weißt du, wie ich meine? Ich bin keiner, der jetzt irgendwie voll so der Putin-Fan ist oder voll der Trump-Fan ist und so, weißt du? Weil die, das ist zu einfach. Oder AfD zum Beispiel. Das sind diese einfachen Menschen und Parteien, die uns präsentiert werden. Das ist einfach easy so. Das ist quasi die Opposition, die das ausspricht, was das Volk denkt, damit sie uns um den Finger wickeln. Und so lasse ich, also ich bin nicht so einfach manipulierbar, dass ich dann alle meine Karten auf jetzt eine Partei wie die AfD setze oder auf Putin oder auf Trump so, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass im Hintergrund halt Menschen sitzen, die uns das genau so orchestrieren und die genau das wollen, dass wir dann unser Vertrauen in diese Menschen reinlegen oder in diese Parteien reinlegen, die aber genauso kontrolliert sind und im Endeffekt langfristig dieselbe Agenda umsetzen so. Auch wenn es erstmal anders für uns scheint so. Weißt du, was ich meine? Und dazu will ich halt auch anregen, dass Leute einfach nicht sich zu leicht beeindrucken lassen und nicht zu schnell auf irgendeinen Zug mit aufspringen, sondern einfach sich bewusst machen, dass wir nie 100 Prozent hinter den Vorhang, hinter gerade den politischen Vorhang blicken können, wer welche Fäden in der Hand hat und wer wirklich was kontrolliert so. Und dass wir eigentlich am besten damit aufgehoben sind, wenn wir uns auf uns konzentrieren. So. Auf uns, auf unseren Nächsten so. Auf die Menschen, mit denen wir uns täglich umgeben. Auf unsere Familien, auf unsere Nachbarn. Auf, ja, auf die Menschen, die man auch täglich sieht, man. Die man greifen kann, so. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, wenn wir so denken würden und wenn wir uns alle mal erstmal an die eigene Nase fassen würden und dann anfangen würden in unserer Community und unserer Umgebung, was Gutes zu erschaffen, so, dann wären wir viel stabiler. Weißt du? Und dann würden wir auch, glaube ich, viel bessere Entscheidungen treffen und ja, dann könnten wir meiner Meinung nach auch wirklich Dinge verändern. So. Solange wir anderen Menschen, weil die eine andere Meinung haben, eine andere Herkunft, Rasse, Hautfarbe, Religion, deswegen misstrauen und deswegen nicht lieben und deswegen nicht zuhören und deswegen mit denen nicht sein wollen und uns spalten lassen aufgrund von irgendwelchen Thematiken, glaube ich, werden wir immer ganz einfach steuerbar sein und werden nie richtig, richtig verstehen, was abgeht und nie wirklich was verändern können. So. We have not refused. It was them who publicly refused. Well, let him cancel his decree and answer into negotiations. We have never refused. So, I just want to make sure I'm not misunderstanding what you're saying. I don't think that I am. I think you're saying you want a negotiated settlement to what's happening in Ukraine. Right. And we made it. We prepared the huge document in Istanbul. We were ready to sign it and the war would have been over long ago, 18 months ago. However, Prime Minister Johnson came, talked us out of it and we missed the chance. They stopped negotiations. Is it a mistake? Yes. Corrected. We are ready. What else is needed? Laut Putin waren sie also von Anfang an bereit zu verhandeln. Der Westen war es, der den Deal in Istanbul platzen ließ. Doch der Kreml sei jederzeit bereit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Wenn es also zu einer weiteren Eskalation ohne Gespräche kommen sollte, wissen wir an wem das liegt. Trotzdem ist dieses Angebot ein sehr positives Zeichen für einen baldigen Frieden, insbesondere jetzt, da hunderte Millionen Menschen diese Worte aus Putins eigenen Mund gehört haben. Russland ist bereit für Verhandlungen. Selenskyj braucht nur sein Dekret rückgängig machen und einen Termin vereinbaren. Dann gibt Putin uns noch einen kurzen Einblick in die traditionalistische Denkung. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass Russland schon vor der Invasion 2022 bereit für Verhandlungen war. Das Ding geht ja seit 2014 und ich glaube, es wäre immer möglich gewesen, das gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Und den Patriotismus der Russen. Und wenn wir sagen, dass die Mutterland und die Familie sind speziell mit uns miteinander verbunden, das ist, wenn wir sagen, dass die Familie und die Familie sind, es ist, dass es nicht möglich, dass wir unsere Kinder und unsere Kinder haben, wenn wir eine normalen, sustainableen Zukunft für die ganze Land haben, für die Mutterland haben. Das ist warum der Patriotismus ist so stark in Russland. Die Liebe zur Familie und der eigenen Heimat als Herzstück der russischen Kultur. Können wir uns im Westen eine Scheibe davon abschneiden? Safe. Ich glaube schon. Generell, Digga, auch von überall, weißt du, wie ich meine? Auch von der muslimischen Kultur oder von den Leuten, die aus muslimischen Ländern kommen. Da wird Familie und diese ganzen Sachen, Religion auch und Werte halt, wird viel größer geschrieben, weißt du, als in der westlichen Welt. Und das habe ich damals schon gemerkt, als ich dann auch mit türkischen Brüdern und Schwestern groß geworden bin. Das ist ein sehr positiver Effekt, was viele Deutsche von denen gelernt haben. Die Familie mehr wertzuschätzen, weißt du. Wie viele Deutsche kenne ich, die keinen Kontakt mehr mit ihren Eltern haben oder mit ihren Cousins oder Brüdern oder Schwestern oder Onkels, Tanten und so. Das ist in der türkischen Kultur zum Beispiel ganz anders. Da ist eine ganz enge Verbindung und die Familie ist immer heilig, weißt du. Und das ist eine wichtige Sache, das ist eine gute Sache, so. Können wir uns definitiv eine Scheibe abschneiden? Das Interview endet mit dieser überaus hoffnungsvollen Zukunftsaussicht. Und das ist auch eine Sache, die ich mir wünschen würde, so weißt du, bei allem Schlechtreden von den Migranten und dies, das, bla bla bla, was aktuell in Deutschland sehr viel gerade stattfindet, so. Dass man auch mal die positiven Sachen hervorhebt und mal sagt so, ey, wir haben uns auch gegenseitig Dinge angeeignet, so. Kennecks sind ein bisschen pünktlicher geworden, Digga. Deutsche sind vielleicht ein bisschen familienfreundlicher geworden. Wir haben gutes Essen hier ins Land reinbekommen, dies, das, bla bla bla. Es gibt voll viele positive Dinge, die man auch hervorheben könnte. Wenigstens parallel, weißt du, wie ich meine? Wenigstens parallel so. Anstatt immer so, ah, die Migranten und Messer-Moslems und was weiß ich, Alter. Dass man da auch mal ein paar positive Sachen sagt, das geht, glaube ich, voll unter. Und ich finde es halt faszinierend, wie viele Leute sich davon halt auch so krass prägen lassen, so, ne? Und dass diese Stimmung, diese komische, diese komische Stimmung in Deutschland immer schlimmer wird, so, habe ich das Gefühl. Durch die Propaganda. You know, this probably sounds strange, given the current situation. But the relations between the two peoples will be rebuilt anyway. Will take a lot of time, but they will heal. Why are the Ukrainian authorities dismantling the Ukrainian Orthodox Church? Because it brings together not only the territory. It brings together our souls. No one will be able to separate the soul. Was auch krass war, der Taka hat zum Beispiel gesagt, wie können sie sagen, dass sie Christ sind, wenn Jesus zum Beispiel die und die Dinge gepredigt hat, so. Und dass man niemanden töten soll und dass man sich auch nicht aufhetzen lassen soll und so. Und das, was die meisten Präsidenten und Staatsleute tun, Staatsmänner tun, ist nicht christlich. Es hat nichts mit dem zu tun, was Jesus mal gepredigt hat, so. Fand ich krass, als er das gefragt hat. Die Volk werden sich nach einer Phase der Heilung wieder versöhnen, da sie eine gemeinsame Seele teilen, die niemand trennen kann. Ja, dieses Interview wird in die... Muss man auch erstmal die Eier haben, so weißt du. ...Schicht eingeben. Feiere ich. Und als Erinnerung für uns alle dienen, dass es immer besser ist, der anderen Seite zuzuhören, zu versuchen, sein Gegenüber wirklich zu verstehen, anstatt einfach blind einem Narrativ zu folgen. Wir leben wahrlich in besonderen Zeiten und ich respektiere Carlson sehr für diesen mutigen Schritt, den er für die gesamte Menschheit gegangen ist. An einer Stelle im Interview sagt Putin, dass ehrlicher Journalismus... Alleine wegen Freedom of Speech, Bruder. Scheiß mal drauf jetzt, weißt du, weil ich bin immer auch nicht sicher, Putin könnte auch einfach nur eine Marionette sein und Takai könnte das auch sein. Aber alleine aus dem Grund wegen Freedom of Speech, so, dass man die Dinge, die angeblich verboten sind und was man nicht machen darf, trotzdem tut, ist eine sehr wichtige Sache, um diese Grenzen wieder aufzubrechen. So, dass wir uns unser Maul nicht verbieten lassen, Digga. Dass wir niemals zulassen, dass wenn irgendeine Regierung oder irgendein Medium oder irgendwelche Leute sagen, ey, du darfst mit denen nicht mehr reden, dass wir das dann auch nicht machen, so. Genauso wie die Rapper nicht mehr mit mir reden wollten, als ich ein Corona-Statement abgegeben habe, so. Das darf nicht so weit kommen, dass die Leute so denken, weil es stimmt nicht, Digga. Wir dürfen und können immer mit allen Menschen reden, das ist das, wie wir zusammenkommen. Die wollen nicht, dass wir zusammenkommen, die wollen, dass wir gespalten sind, deswegen sagen die das. Aber wir dürfen das nicht zulassen, Digga. Und ich finde das krass, wie Leute das gerade in Deutschland so heftig mitmachen, so. Ich habe das ja an eigener Haut gespürt, so. Wie die Rapper, Digga, eine Rap-Szene sich von mir distanziert hat, weil ich ein politisches Statement abgegeben habe, weil die Angst davor hatten, dass die dann mit negativen Konsequenzen zu rechnen haben, so. Das ist so eine krasse Brainwashing, das ist so krass, so. Du hältst deine Schnauze und du darfst mit niemandem reden, der irgendwie aus der Reihe tanzt, weil sonst ist deine Karriere weg. Das stimmt nicht mal, die machen dir nur diese Angst, damit du das nicht tust, damit wir nicht mehr zusammenkommen. Das ist eine kranke Geschichte, ich schwör's dir. ...ein Heilmittel für unsere kranke Welt sein kann. Genau dieser Vision habe ich mich vor über fünf Jahren mit diesem Projekt verschrieben und ich freue mich darauf, auch in Zukunft für euch berichten zu dürfen. Mein Journalismus ist vollkommen kosten- und werbefrei, wodurch meine absolute Unabhängigkeit sichergestellt wird. Und trotzdem fließt... Ich küsse dein Herz, Lion Media. Gutes Video, hat er gut zusammengefasst. War jetzt besser, als sich das ganze Interview zwei Stunden reinzuziehen hier auf Twitch so. Natürlich könnt ihr euch das ganze Interview auch reinziehen. Wenn ich eine deutsche Version finde, werde ich die mal unten in der Beschreibung auf jeden Fall verlinken. Ansonsten Original-Video natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. So. Bis dahin. аю schon mal. drin